So war es mir zumindest eine Ehre. Ja, kommen wir mit der Scheiße rein, okay? Ich sag, vom Gast bin ich noch ein bisschen reingekommen, ich das Gefühl. Wir hätten es durchziehen sollen. Okay, aber es könnte was schaffen, wenn du noch... Du wirst dich mit unserem Motor gerade abkratzt. Ich hab grad ein bisschen Angst. Wir gehen mit dem Wach, wir ziehen jetzt runter, so oder so. Das schaffen wir und zur Not spring ich ab. Scheißegal, was du machst, überlebe die Scheiße. Boah, kommst du so steil runter, Alter. Ich hab keine Wahl. Ich hab nicht mehr viel Platz. Ich hab so lange gepasst. Ja, runter. Wieder runter. Oh nein. Oh, kein Gast. 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 Hilfe, 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 ich habe Notarzt gerufen, ich bin unwächtig, Hilfe, ach was, die sind auf dem Weg, toll